willkommen zum nächsten level kann ich morgen bewegen ja ok brückenbummel unerforscht und was steht hier wenn die gar so das sind die müssen die wir dann gesammelt haben ok hallo ich bin es morgen ok gut zu wissen dass die ausschießen ok Oh, das war knapp. Das fühlt sich irgendwie so geil an, ey. So, wupp und wupp und wupp. Ich weiß auch gar nicht, ob das Spiel so noch irgendwie erhältlich ist. Ob das auf Steam überhaupt drauf ist oder so. Ich habe keine Ahnung. Ich habe das damals, glaube ich, in einem Discounter meiner Wahl mal nicht bestellt, sondern gekauft. Was bringt eigentlich das hier? Ich habe keine Ahnung, ob das vielleicht normalerweise die Nebensbalken wieder voll macht oder so. Ich gehe mal nämlich davon aus, dass die Tiere... ...einen Balken abziehen, wenn man getroffen wird. So sind wir bisher nur immer komplett gestorben. Ähm... ... ... ... ... ... Hä? Oh, das war knapp. Judentach. Böses Rethan. Oh, das ist ja auch noch einer. Ja. Hätte mich fast erwischt. Ich sehe gerade... Die Musik ist ein bisschen leiser, ne? Machen wir vielleicht in der nächsten Folge da mal. Obwohl es im Kapitel... Äh, im Menü doch relativ laut wirkte. Oh, shit. Das war knapp. Naja, über Abgründe springe ich bestimmt nicht. Oh Gott. Also die... Oh, scheiße. Ah. Oh, es ist hier in den Ruf gekommen. Diese Felsen kommen ziemlich oft... Äh, Felsen. Die holzigen Felsen kommen ziemlich oft... Fast noch verkackt hier, ey. Äh, ich sollte... Das aktivieren. Oh, ho, 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 ho. Das war mega knapp. Äh, 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 ich verzichte mal auf die anderen Münzen, ne? Das war knapp. Was kommt da aus der Hütte? Tschüss, ich hau ab. Gut, Level abgeschlossen. Sogar mehr Münzen als letztes Mal im ersten Level. Spitzzimmer, danke mich. Bis zur nächsten Folge.